Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen oder ein gutes Ergebnis zu erzielen, gerade bei der Augenringebehandlung oder bei der Tränenfurchenbehandlung, ist es nicht notwendig, viel Material zu nutzen, sondern die richtige Menge des Materials an der richtigen Stelle einzusetzen, damit am Ende ein perfektes Ergebnis auch zustande kommt. Hierbei ist natürlich zu beachten, dass die Menge sich innerhalb der nächsten 14 Tage durch Wassereinzug noch vergrößern wird. Hier sehen wir so ein Ergebnis und ich freue mich, dass wir auch bei einem Mann so ein schönes Ergebnis zeigen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017